Hilf mir! Wie kann ich dir denn helfen? Ah! So nicht? Das ist doch zu viel geschrieben wahrscheinlich. Läuft das Stream noch? Ich könnte mal im Chat einmal rubbel die Katz schreiben. Wenn das Stream nicht mehr läuft, dann schreiben sie rubbel die Katz, ja toll. Stream? Böser Stream. Ja, läuft wohl noch. Ja, wird sich wieder richten ohne. Wenn das Stream nicht mehr läuft, dann habt ihr das gar nicht gehört. So, jetzt machen wir das einmal ohne aus, oder? Müssen wir jetzt nicht die ganze Zeit, oder? Na komm, einmal noch. Oder willst du jetzt machen? Ja, ich will machen. Aber dann kannst du auch was machen. Oder? Ne, komm, lass auf. Könnt ihr auch so sehen. Boah, schweigt die Gänke. Die ganze tolle Hardware weg. So. Ich trinke ein Bier auf dich. Ich trinke ein Bier auf mich. Da kommt eine Fehlermeldung. Ich ruhe. Nein, möchte ich nicht installieren. Ähm... Nö, ich glaube nicht. Jo. Jo. Gut. Wunderbar. Ähm, weiter. Ja. Ja, dafür allein lohnt sich schon das Premium Pack irgendwie, ne? Wofür? So ein bisschen... So ein bisschen... Ist die Frage, ne? Auf Dauer... Gibt das immer so ein bisschen... Scheiße, wie war jetzt hier? Meins war das linke. Ich glaube das da. Ich glaube das war meins. Meins und das ist fast voll immer gut, ne? Fast weniger, oder? Ja. Dann ist fast neins. Dann ist fast neins. Im Zweifel ist das... Im Zweifel ist das... Was? Welches... Weniger drin ist. Oh, wie viel hab ich noch nicht getrunken? Nein, warte, das wollte ich doch gar nicht, oder? Das hast du noch mal in den Keller genommen. Ich wollte ja gar nicht in den Keller. Leuchte mit der Taschenlabor auf Freunde, die hilflos am Boden legen. Aha, alles klar. Also kann man sich noch gegenseitig retten. Genau. Ich bin grün. Ich bin grün. Ich bin grün. Das kann ich dir nicht. Ich kann nur... Dann bewegen. Wenn du A drückst, bist du schneller. Aber dann sehen wir dich. Aber du musst auch A drücken, um uns zu fangen. Okay. Bei mir ist er nicht. Also bitte. Irgendwo links ist hier. Wir bringen uns nicht mehr. Ah! Okay. Gehts? Dann da. Oh, da rum. Ah! 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 Du hast ihn löscht an! Halt mich! Lösch du mich an! Ach so, ich bin grün. Ach so! Ich glaube nur, wenn du ganz... Ich muss genau drauf halten. Der Geist kam mit Wende? Nee. Dachte ich eigentlich am Anfang, aber... Ich glaube, er ist noch nur die links. Nee. Vielleicht sollten wir lieber zusammenbleiben. Hier ist der Junge auf. Da! Ich sehe. Verdammt! Ich sehe den Brutzel nicht zu tun! Da kommt er nicht lang! Nein, jetzt geht's wieder raus. Die Batterie ist bei mir vielleicht. Ah! Jetzt muss ich mich doch... Jetzt! 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 Verschwindel! Batterie hol dir die Batterie! Und leuchte mich an! Wie auch immer! Ja, tu ich doch! Oh! Nehmen muss mich schon mal. Jetzt! Boah, das dauert ja viel an. Boah! Boah! Oh, Messe! Die Ballerien auch! Oh, hier ist der 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 Ballerien! Ich verstehe ich nicht wieder, ob das funktioniert. Oh! Ja! Nein! Boah, es gibt so ein paar Spiele, die sind so... Aber das ist ziemlich unfair eigentlich. Ja, ne? Das ist voll schnell, weil man bewegt sich nicht. Ja, das war... In der E-Level-Spiel waren wir nicht so träge. Ne. Mach doch mal ein Päuschen! Mach doch mal ein Päuschen! Ja, das war's im Stream! Mach doch mal keinen Hinweis hier! Weiter! So, jetzt wollen wir mal das dritte Level sehen! Ja! Ist das dritte Level da? Jo! Das Geist der Labor! Start! Geist der Labor! Super! Ach, du hattest ne super Batterie! Deswegen bist du schnell wieder am Leben gewesen! Nice! Oh, wo ist das denn jetzt hier? Oh Gott, da ist doch noch... Ist ja ganz klein! Das sieht so ein bisschen wie ein Bomben im Endeffekt aus, ne? Eieiei! Wie waren wir nicht? Die Maps immer kleiner! Ich frage, ist das gut oder schlecht für uns? Ja, ne? Ja, ne? Also, für mich ist das gut oder schlecht für uns? Das ist auf jeden Fall schlecht! Weil das teilt ja fast alles ein! Und das kann doch alles nicht überall in dem Moment loswerden! Ah! Ah! Ich hab noch geleuchtet! Mensch! Ganz fair! Hier kannst du sofort alles einsehen! Die komplette Map! MiGok-Gek-Mik-Innen Ich bleib mal dem Moment in einer Weg! Ja, in einer Weg! Und dann, dass du zusammenbleibst! Ah, ich hab noch mal! Ich war quasi massiviert! Auf einmal ist er nicht aufgelaufenig! Da ist er! Ah! Wo ist der sein? Der versteckt sich! Ja! Ah! Ne, ne, ne... Jetzt ist er gar nichts zu machen! Nein! Deine Lampen! Ja! Die Batterie! Die ist auf dem Laufwand! Atom! Ich bin einfach tot! Yes! Super Batterie! Ja! Entschuldigung, meine Batterie! Hier! Nein! Ich hab doch gedrückt! Nein! Der blöde Wächter! Sind die eigentlich im Vierspielermodus auch da? Also wenn ihr zu viel spielt? Abfrage, ne? Das sind jetzt nur... Ne, da waren keine drin! Stimmt, es kann sein, dass die quasi nicht als Hilfe da sind, wenn man weniger spielt. Ja gut, nur zu zweit wäre es glaube ich... Ja, das wäre es heiß! Willst du? Mit dem Gamepad? Eigentlich nicht, äh... Ich mach das Spiel dann. Das macht nur zu viert, äh... Ups... Ja, dann mach ich noch mal. Achso, jetzt bin ich ausgehoben. Egal, dann machen wir ein anderes Spiel. Ja, wir haben ja noch so ein paar andere Dinge. Kannst ja mal zeigen, was wir jetzt noch hier am Ziel haben. Ja gut, ein paar Nintendo Land Spiele kommen wir an. Ja klar, aber damit die Leute auch sehen, was hier noch erwartet ist, kommt ja nicht nur an Nintendo Land. Ja, was mach ich denn hier? Ich kann nicht machen. Äh, ne, eigentlich schon. Ah ja. Also wir haben Freunde. In diesem Dunkel, was man nicht sieht. Was man nicht hört. Unter anderem... Zombie U. Wir sind aber bei 18. Wir sind jetzt 23 Uhr. Ja, machen wir mal 23 Uhr. Wir haben ja noch genug Anlaufsfutter. Nintendo Land, was wir gerade zocken. Ja. New Super Mario Bros. U. Pausen. Pausen. Aber nicht. Und... Sonic All-Star Racing Transformed. Das hab ich jetzt echt an Wohnung-Dint gekauft. Ich hab gedacht... Naja, komm. Ist ein Racer. Das normale... War schon... So weit war ich nicht okay. Hier siehst du alle Attraktionen. Wird schon hinhauen. So, das ist der Racer. So, das ist der Racer. Machen wir jetzt Solo-Action. Warte, da wollen wir jetzt einfach mal Solo-Actionen. Die Kante steht für die Attraktionen rumfahrt. Die Schaltfläche unten links führt dich zu den Optionen. Ja, Optionen. Das Symbol rechts unten bringt dich zurück zur Plaza. Ja, danke. Dann würde ich gerne zurück zur Plaza. Damit ist die Erklärung beendet. Was schreibt denn der Chat? Dann viel Spaß noch. Viel Spaß noch. Hier geht's schon wieder los. Der Schmetter ist. Was sagt der Schmetter? In dem Gruppenzwang. Ach, will er jetzt auch, oder was? Warte, jetzt. Warte, jetzt. Warte, jetzt abwarten. Achso, der will jetzt noch die Startphase abwarten und dann noch bis zum Glück. Der Schmetter ist ruhig doch eh einer. Ja, so, Schmetter ist. Ich werde mir wahrscheinlich morgen vielleicht auch reinholen. Und ich weiß es noch nicht, was meine Freundin sagt. Achso, du willst mal zeigen, wie das so. Ja, toll, ne? Super. Nimm mal so ein Solo-Spiel. Nimm mal ein Solo-Spiel. Was ist denn dein Solo-Spiel? Ähm... Ich hab auch angefangen. Ich bin auf die Backen rum. Wow, ist der schnell! Ey, komm! Das ist ja voll geil! Solo ist... Ähm... Yoshi's Fruit Card? Yoshi's Fruit Card? Warte mal das, ähm... Takama... Takama Rasu's Ninja Castle. Ah, der wird grad vorbei. Dann mach's dich so schnell. Ach, das ist die Geschichte, okay? Ja... Takama Hak... Takama Hak... Takama Hak... Takaka... Ah, Namen! Die müssen wir auch noch irgendwie machen. Ja... So... Ich hab's gern, dass, äh, so meine Wand... Also Pixel... Ja, so Pixel-Style da oben. Das ist voll cool. Ja, Malte, der Schmetter ist bestimmt gerne. Ja, kommt vorbei. Können wir hier, ne? Zeitraffe? Alles kein Himmel. Das ist eh, mein Rekord. Gar nichts. Du musst wahrscheinlich so halten. Ja. Oder... Schau mal... Ja, warte... Warte, warte, warte... Schau auf den Fernseher, okay. Seid ihr bereit, tun es mutig... Ihr kommt gerade zur rechten Zeit. Lasst uns mit euren heutigen Lof-Training beginnen. Ich mein, ansonsten kann ich das noch... Halt das Gamepad aufrecht! Geht das so? Ja. Wolltest du halten, oder wo bist du denn da, das Pad? Obwohl... Ja... Ja, halt ich doch gerade. Aufrecht. Lass ich gecheckt. Ach, ich muss es so halten. Nicht erstmal einmal. Richtet den roten Pfeil auf dem Gamepad auf den TV-Bildschirm. Richtet den roten Pfeil auf dem Gamepad auf den TV-Bildschirm. Okay. Zum Aufwärmen stelle ich euch eine große Taiko-Tommel als Ziel zur Verfügung. Einen Moment nur. Einen Moment nur. Taiko-Tommel. Okay. Ich hab die Tauben mit drei Sternen in Folge. Gut, das können wir... Einmal kurz zeigen, dann können wir... Sehr gut. Super! Ich glaube, dass wir uns in deinem Kapitel kommen. Aber dann musst du wahrscheinlich so ein bisschen so rumzeigen, dann können wir die Kamera wegnehmen, weil das... Dann musst du mich dann damit pointen, glaube ich. Echt? Und das wird dann... Achso, ja. Im Prinzip habt ihr ja gesehen. Dann wollen wir das... Kannst du die Handkamera... Äh, sieh das mal nicht antun! Kannst du die Handkamera holen oder sowas? Aus dem Amnibus, glaube ich, gleich geht doch. Achso. Hey, jetzt fährt er andersrum. Ja, das ist unser Roma. Das geht auch. Ich will hier machen. Zehn Minuten kann ich das mit filmen. Ja? Besonderlich viel sieht man ja dann eigentlich... Was muss ich eigentlich machen? Ich hab gar nichts verstanden. Ich weiß, ich muss... Ninjas abballern. Ja. Ohnhold. Was soll das? War bitte eigentlich nicht. Meister, helft mir. Meister, Gast E. Helft mir. Ja, hab ich doch gerade. Wollte doch gerade. Jetzt muss ich ihn retten. Achso. Jetzt erst. Okay. Schon voll die Tatsche drauf. Hast du nicht irgendwie eine tolle Dings dafür? Entschuldigung. Ja. Alles kann man sparen. Das ist so gar nicht viel. Das ist so einfach so wild. Alter, wie kompliziert, ey. Das ist so einfach so wild. Was ist das? Ja, voll der, voll der Shooter hier. Ja, das sind kleine Minimum. Das sind ja alle mit Shuri kämpfen und Gang mit den Fett. Uah! Das Gamepad wird aber schwer! Sehr schwer? Sehr schwer! Sehr, sehr schwer! Du überprüf noch mal die Einstellung! Ja, ich guck mal kurz mal rein, wie das passt hier. Grundtechnisch, eigentlich, kann man nicht weckern. Ich bin halt nur leider von meiner Betrater im ersten Mal eingeschränkt. Na ja! Oh, ich bin ganz krass. Das sind so knuffig! Total! Vor allem, wenn die auf dich zustürmen! Und dich in zwei Teilen wollen! Die Augen sind so krass! Verschont! Ah! Vier blaue Verschont, okay! Durch die Trommel! Ja, voll schwer! Zwei! Boah! Ach, je öfter hintereinander wüsstest du doch... Ungenau bist, ne? Echt? Ich glaub's nicht. Weil je öfter schießt, desto größer wird das Fadenkreuz! Guck! Wie bei normalen... Wie bei Call of Duty! Das ist ein Call of Duty! Shugung, Humugung, Ninja Attack hier! Wow! Kann ich nicht ausweichen? Mh... So... Naja, okay! Deinen eigenen Ninja-Stern! Aber das hätte nämlich hier so ein bisschen an... 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 an Time Crisis sein! Hm? Und jetzt halt so, ähm... Na? On Rails! Oder wie Peter Molindow sagen würde... Nicht on Rails! Schreiben sie mal hier auf die Bande! Ist nicht on Rails! Voll der Rails-Schule! Was hast du ja Zelda platziert? Sag's ruhig! Zelda-Ocarina of Time! Ja, nichts zu snapper vergessen! Gibt's damit etwas neu zu finden! Ich dachte ja, das merken die Leute vielleicht selber! Aber jetzt hast du's ja verraten! Ja, das kann man im Springen nicht erkennen! Weil das ungefähr hier... Nichts zu sehen ist! Wo war der schwarze Ninja? Ahhhhh! Und der währt alles ab! Ahhhhh! Ahhhhh! Ahahahahaha! Die Dinger fallen aber doch auf dem Boden! Ja, ja, ja! Gut, okay. Da sind die Augen dann doch etwas besser! Ahhhhh! Jaaa! Jetzt war das Schweines Schwert hier! Voll der Ninja Turtle! Alter, der Schwarze. Kein Schwarze verschont. 94,1%. Könnt ihr mich hören, Meister? Könnt ihr mich hören, Meister? Kassi! Telepathiechips spreche ich in Gedanken zu euch. Telepathiechips. Die Kämpfe, die auf euch warten, werden nicht leicht zu bestehen sein. Ihr sollt nun das Geheimnis der Schriftrollen erfahren. Das Geheimnis der Schriftrolle. Findet dieses Bild. Findet dieses Bild. Findet dieses Grün. Zeichnet dann einen Kreis auf den Taschen. Um sie zu aktivieren. Ach so. So könnt ihr gegen den Bogen einsetzen, wie auch eure Feinde verwenden. Atombomben stellen. Habt ihr verstanden? Zeichnet einen Kreis, um Tombomben einzusetzen. Bei Babynator und Pro, ey. Hier ist unser Stream so langweilig. Sowas darfst du aber nachher nicht sagen. Was denn jetzt? Vielleicht eine politische Diskussion. Ach du Scheiße. Boah, nimm ja's. Du bist schon gleich mal da so Schritt voll. Du hast es weiter. Du kannst also jetzt einen Kreis malen und dann? Nee. Kann auch keinen Kreis malen. Ich muss da drauf drücken wahrscheinlich. Okay. Vielleicht auch drauf drücken müssen. Hm. Ja, da stand malen sie einen Kreis drauf. Ja. Akt 3. Ja, du bist irgendwie die so drücken. Ha. Das ist geil wie die sind. Du bist so drücken, ja. Ich hab grad aufs Gamepad geguckt. So geil wie die nach vorne kommen. Woh. Die Bande anstrahlen. Jetzt haste Tonbomben. Alter, der Weg endet hier. Nicht tot? Du hast doch nur gerade durch die Bombe geworben. Ja. Irgendwo in der Warner. Ja, bitte. Dann trinkt mein Bier leer und dann... Tatsch, tatsch. So, ja, ist mit Point Bieren, ne? Für das Spiel bräuchte man hier, das müsste man eine... Eine Halterung? Eine Armer Halterung? Ja, das ist hier so. Ja, das wäre dann wohl gut. Du wirst lachen, das dauert keine drei Wochen und dann gibt es von Armer oder von den ganzen Zubehörstellern... ...wetscht mit dir jede Wette, gehe ich darauf ein. Ja, wenn nicht Wackblöcke. Ja. Bling! 7Drag7 schreibt, warum sinnlos auf Besäufnisse gehen, wenn man den Raviolis dabei zuschauen kann? Wie sie zocken, aber... Das passt halt so gut. Ja. Na, was denn? Oh Gott. Wie kann man das vom Alli stecken? Wie kann man das vom Alli stecken? Ach so, da muss ein Dampf her dagegen, ne? Rolle! Wie hast du das jetzt hingekriegt? Ja, warte mal ruhig, einmal eben ruhig normal. Oh, da wirst du nur so pumpen! Danke auch. Ich sehe schon, komm, da gibt es dann die ersten, die Gameplay draußen anschließen. Ja. Weil das so weggelegt. Ja, das Ding hat keine so ne Festplatte. Ne. Ne, ne? Das ist wohl nicht kontinuierlich zu Ende. Ja, da brauchst du erst ne Kraft. Erst ein paar Flagen und dann kommt das Wett. Wett spätieren. Das dauert nicht lang, bis sich ein Ami damit auf irgendeine Weise umbringt. Entweder verschluckt er das Ding. Stranguliert. 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 Oh. Der hat doch noch keinen geschehen. Der hat doch noch keinen geschehen. Hallo! Triff die Trompen! Triff die Trompen, ey! 520 Sekunden! Ziegelhörner! 100 Prozent! Da kannst du gar nicht daneben gehen, weil es ja gar keinen Faden kurz gibt. Super. Hallo, bleib da stehen! Boah, da hinten! Hallo! Glaubst du da? Boah, da oben! Da hinten! Du bist auch so ein naturischer Dachlader, kann das sein? Ja. Jetzt geht. Wenn es schneller geht. Wenn sowieso nichts zu tun ist, ne? Na los! Was? Ich hab keine Wuppen mehr. Ich hab hier noch eine. Ich hab ja gar keine mehr. Ich hab hier noch eine. Oh, weg! Und was mit dem nachladen sagst? Du hast denn eine Schrofft vor? Hab ich eine gekriegt? Ja! Oh, was eingeflocken! Hallo! Da raus! Ich hab's! Oh, der gelbe Ninja. Jetzt kommt die noch vom Bomber. Wie ist der da oben in der Luft? Hallo, zwei! Ah! Nein! Lass mal! Da kommt was! EAT BOMBEN! Mein Bomben! Flächenbombardement? Der Schwarze! Oh nein! Nein, geh weg! Nein! Weg! Haha! Oh, Alter! Nein! Nein! Hört ihr mich, Meister? Ja, 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 wir hören dich. Schriftrollen beinhalten noch weitere geheime Kräfte. Ach, was? Manche Feinde sind über Ausfliegen. Und hier zu treffen. Zeichne dann eine waagerechte Linie auf dem Touchscreen. Ja. Waagerecht ist das jetzt Das waagerecht. Schmelzer, Mechau, wer braucht schon Kombos? Die Bewegungen eurer Gegner werden für kurze Zeit Jetzt kriege ich auch los. Jetzt kommt der wieder schon wieder. Wer braucht schon Kombos? Wer denn die Bildschirme auch zuspammen kann? Da kommt wieder der Taktiker bei ihm raus. Der Raffi sagt, hey, der Song nimmert uns eigentlich Ich glaube ihm da einfach mal. Ah, ich hätte die Bomben einsetzen sollen, vielleicht. Ohne Strecken. Trotz, kein Problem. Ne, das kriegst du auch nicht hin. Ne, dann muss man schon so ein bisschen hin. Weil du da nicht genügend Spin drauf kriegst. Was ist das? Was ist das? Ehm. Ehm. Du schnitt ne Paa, 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 Paa. Paa, 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 Paa. Paa, 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 Paa. Poker Phase an Leitung. Du hast Bomben, du hast Bomben. Und du hast noch was anderes, ne? Du hast Falten. Ja, ich kann auch so... Du hast ja zwei Schriften, ne? Ja. Ich kann, wenn ich jetzt so mache. Falten Auge. Uuuuuh. Hier ist Loooooooh. Ah, hier kommen! Uoooooooooooh. Nice. Ja, alles trotzdem. Halt! Halt! Die machen ja voll einer Peck, Mario. Ja, ne? Geil, da gibt es Schatten hinter. Voll gut. Ah, so viele! Geil wäre ja gleich, wenn da steht Schatten Ninja ist... Wie heißt das? Ne? Schatten Ninja. Da oben, da oben, da oben! Ach, da oben ist einer drauf! Ach so, da oben! Hm! Hinter dem Dich... Hinter dem Bild! Sieh, 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 Sieh! Gott, nein! Geil weg! Herz, Herz, Herz! Ah! Toll, ein Herz eingesammelt, zwei verloren! Boah! Oh, in der Mitte! Ich hab voll wenige! Ich hab voll wenige! Ich hab mal Schuriken gehört! Du hast keine Schuriken mehr! Ja, aber bestimmt kein Schuriken mehr! Weiß nicht! Warum? Ja, das wär' ich auch so! Das ist gut, oder? Ja, das sieht aus als... Jetzt hier? Vielleicht ein bisschen besser mit dem Ziel! Ja! Hey, geht's hier heute noch weiter? Hallo, das ist voll gut das Spiel! Sag mal ein Higgs gegen das Spiel! Nehmen wir mal das andere Bier! Wie lang streben wir denn eigentlich schon? Soll ich... Ja, das kannst du haben, das ist leerer! Boah! Gibt's hier ja bloß! Also ganz einfach, wie gesagt, ne? Wenn du halt weiter hinterher anfängst... Mhm. ...und, äh, länger die Linie ziehst, kriegt er schon richtig mehr Schwung... Prost, Drag Seven! Ich bin hier überhaupt nicht richtig im Bild hier! Ich weiß es gar nicht, ich sitz aber mal halb am Rand! Kann sich mal ein bisschen nach links drehen, weil rechts haben wir immer so viel Platz! Anderes links! Ja! Ja, rechts, rechts schon, rechts schon! Sehr schön! Sehr schön! Einfach nur... Genau! Und je schneller du machst, desto... desto... Hier muss ich mit dem Ding! Was ich da für ein Bier trinke? Ich trinke, ähm... Schucher... Christkindl-Markts-Bier! Von Merckau! Ja! Ja! Mir gefällt... Aber an Kinder, Alkohol ist schlecht! Mir gefällt der Look voll gut von dem Spiel... Ja! Das hat... Also... Das war so... Die Paper-Marei auch so ein bisschen... Aber ähm... LittleBigPlanet irgendwie erinnert mich das irgendwie... Mich erinnert das irgendwie an so ne... An so ne Pappenfilisse... Irgendwie so... Ja, so... Ja, die Rama... Ja! Die Rama... Ich muss mal gucken, ob es denn so ne Anleitung gibt, um ja, dass ich diese... Ninjas fighten kann... Ja! Wäre so ein Mubi-Lehm sich an die Wand aufsenkt... Ja! Total geil! Ja! Wir kennen das bestimmt auch aus... Die Konzerte haben wir halt noch! Ah! Rrr! Naviol! Ah, Marioli! Viel Blauer! 98,2 % Sieh'n zweimal auf einmal, das ist die Schossereide... Keine Ahnung! Tchomm... Ja hier, die Augen machen... Müssen wir mal probieren einfach mit den allen vielen Fingern drüber! Ja mit allen Fingern drüber... Ah, du bist richtig! Zombies, wollte ich sagen... Ah! Ja, wenn du schnell bist so... Ja! Moment... Was riecht denn hier? Wie zieht die denn mit dem? Ne, ich find echt, dass das schwerste da dran ist, dass das so unhandlich ist. Vielleicht halt ich noch einen Fallstumpen. Vielleicht musst du einfach auf der anderen Seite, wenn du mit rechts schnippst, musst du dann einfach nur mit der linken Seite runtergreifen und dann festhalten. Aber trotzdem, das wird manchmal Zeit so schwer. Okay, also ich glaub, da... Das hab ich noch nicht so aus. Das ist halt nicht so leicht, so ein Schuhrischen zu machen. Da kann halt nicht jeder werden, ne? Was steht da auch mal in Lieben los, bei so Papplingers auszuwerden? Echt. Also ja, aber jetzt mal ganz im Herzen zum Ersteindruck im Vergleich. Wie Play damals? Das fesselt viel mehr, aber weißt du wie Play? Das ist die Disziplin einmal durchgegangen. Das geht ja nicht, das Spiel an sich schon. Ja, das geht ja alles viel länger. Das ist an sich ein bisschen tiefer jetzt. Ja. Wie manche Sachen durch das Mario Chase, hätte ich mir schon mal direkt mal mehr Maps gewünscht. Ja. Das ist so gut. Ne? Der schwarze Ninja! Ach ne, der maximal pigmentierte Ninja. Maximal? Alter, jetzt ist es nicht, dass er jetzt schon mal ist. Das ist Bomben! So, der liegt dem Jukus gar nicht. So. Das ist der maximal pigmentierte Ninja mit minimal pigmentierten Augen. Hörte ihr mich Meister? Oh nein! Hörte ihr mich Meister? Gast E. Oh nein! Seine letzte mächtige Geheimekraft. Wie oft wie viele Leute jetzt wahrscheinlich in Spielball spielen werden. Könnt ihr mich hören Meister Penis? Zeichnet ein V auf dem Touchscreen um sie zu aktivieren. Ein V hast du jetzt. Könnt ihr schnell wie eine Bärkatze angreifen. Bärkatze angreifen. Was stimmt. 7Drake7 fragt, ob was man für Aufnahmeprüfungen absolviert hat. Um bei den Ramp-Problems aufgenommen zu werden. Darauf antwortet der Kroko. Jeder kann aufgenommen werden, wenn er genug Geld hat. Stimmt. Das ist schwierig. Wir sind ja kein Verein in der Welt. Dankeschön! Das sind so... Das ist alles zwischen die Mädchen. Das war so. Wir haben auch eher so kein Zufall. Ja. So was entwickelt sich einfach. Man bewirbt sich. Du hast dich ja auch nicht beworben. Nö. Du hast dich ja auch nicht beworben. Weiß ich nicht. Ich hab's dem Cracky einfach mal vorgeschlagen. Ich hab's dem Cracky einfach mal aufgezwungen. Nee, das ist ganz organisch. In erster Linie müsst ihr ja erstmal irgendwo auffallen. Aber davon abgesehen, haben wir eigentlich schon... Keine Ahnung. Haben wir jemals Aufnahmestopp gehabt? Keine Ahnung. Wie gesagt. Wir sind ja nicht für so was. Nee. Ist ja alles random hier. Naja. Hi. Hagi schreibt, wer hat sich auch nicht beworben? Er hat Geld geschickt. Geld nicht direkt. Ich hatte einen B-Points-Cards gezahlt. Batman. Man mag es kaum glauben. Ich habe noch drei Batman. Fette.